ja wir gehen jetzt weiter kundschaften ok ich laufe einfach oh hier gibt es schon wieder tausend wege ich warte auf dich bin aufm weg da vorne da kommen wir her ja dann gehen wir hier hast du das gemacht was das ist der ausgang das ist der ausgang jetzt sind wir nur in die andere richtung das heißt wir sind im kreis gelaufen können dass die andere Seite kunden ok also jeder wir sind zu um eine ganz kleine mini Höhle die die Probe ganz kleine mini Männer da passen nicht durch dann macht's kaputt die wir waren wir schon mal die komisch 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 man wie ich geh da boah wasser guck dich an wasser guck dich den Jungs an auf den album ey du kennst das auch du kennst klick klack klick ihr habt ja ich hätte auch so ich kenne es weil ich VWT geschaut habe noch besser du kennst das VWT oh ich sehe da vorne irgendwas oh mein Gott ein Skelett zwei Skelett kennst du kennst du kennst du kennst du von von VWT Lens Butters so gut der Typ der ist so schlecht der ist so gut der hat zwar coole Text aber ich finde der kann ihn nicht rüberbringen ich mag seine Stimme nicht und sein Flow cool Story Bro aber du solltest einen sehen wenn dein Rap eine Pflanze wäre würde sie eingehen ich fand den Vergleich fett gut wie gesagt Texte sind ganz okay aber Flow ist nicht so und Stimme du bist der Lone Hallo Hallo Wo denn wo denn immer der Nase Lava der Nase nach wie soll das gehen bei einem viereckigen Kopf ah Spinne ich glaube ich auf sie mit Gebrüll ah sie ist gut Hamiamiho! Hadouken! Huyuken! Bei der nächsten Spinne mach ich auch ein Shoryuken. Hier ist nix, da ist aber fett Wasser wieder, aber ich glaub da vorne geht's schon wieder raus aus der Höhle. Total behindert. I got some Kohle. Viel zu viel Kohle. But have no Holz. Ohohoho! Gold, ach ne Gravel. Gehen wir hier runter, ich hab ein Skelett gehört. Schwimm. Schwimm, schwimm. Wohin gehen wir? Äh... Kram sie mal. Ich bezahl sie auch dafür. Echt jetzt? Ne. Ich krieg 1,50 die Stunde. Asche ist weniger. Nein. Naja, Asche ist weniger, also ich bekomm so. Ich bekomm 1 Kohle den Stunden. 1 Kohle. Ich werde in Minecraft bezahlt, ich fänd's so geil. Hahaha. Fällt auf, ich bin nur noch Level 1, aber ich bin gar nicht gestorben irgendwann. Ich war vorher noch Level 9. Nein. Ist ja unfair. Denk dran, dass du dich einmal ganz oft von dem Baum gestürzt hast. Hahaha. Nein, ich war vorher noch, wo ich einen Lachkrampf hatte, das weiß ich. Ach so. Da ist Gold. Gold! Uh! Ey, du bist da? Ja, warum hilfst du nicht beim Abbau und was soll der Scheiß? Hahaha. Stehst da hinter mir. Hey, cool, Gold. Ich arbeite. Aber ich hab gar keine Eisenachs, äh, Eisenpicklacks. Hacke. Ja. Ich hab zwei Stück. Ich hab eine dabei. Toll. Und das hilft mir jetzt inwiefern? Na ja. Na, dass Timmec die abbauen kann. Oh, ich weiß nicht. Wenn du dich nicht ordentlich vorbereiten kannst, ja, da können wir ja nix für. Warst du etwa noch nie in so einer Höhle? Doch. Doch, der war noch ganze fünf Folgen oder so darin eingesperrt mit Tom. Ja. Nein, nein, das ist sein erstes Mal jetzt. Hahaha. Ja, ich wurde Hüllen in Jumper. Hahaha. Das ist deine Privatsphäre. Das kann man jetzt auch ziemlich falsch verstehen. Hahaha. Hahaha. Soviel zur Privatsphäre, ja. Liebe Zuschauer, bitte denkt nicht zweideutig. Ne, dreideutig ist auch cool. Schreibt bestimmt auch in alle Kommis. Zu spät. Hahaha. Das ist wie, denk jetzt nicht an den blauen Elefanten. Das Grün. Ich hör voll viele Sachen um mich herum. Ich glaub wir sind bald wo angekommen. Ich hör Wasser, Skelette und... Gelette und Wasser. Wie einfallsreich. Wir sind gleich wo angekommen. Wahnsinn. Mensch. Ja, was ist los? Hast du was gegen mein Deutsch? Dann hast du auch was gegen mich. Hahaha. Oh mein Gott, wie tief bin ich denn jetzt? Gesungen oder gegraben? Oh cool. Gegraben. Beides. Beides, ja stimmt. Boah, ich hör das Wasser schon voll nah. Hallo, ich glaub wir haben gleich was episches gefunden. Hinter dieser Wand verbirgt sich Wasser. Ähm, wie hört sich ein Monster-Spawn an? Redstone! 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 Temek, Achtung! Woah! Woah! Alter, schock mich nicht! Ich hab ja gesagt, Achtung! Alter, hab ich mich gerade erschrocken! Da ist noch einer. Woah, Redstone baut sich ja jetzt ziemlich schnell ab mit der Eisenachst. Alter, wie viele noch? Ist hier irgendwie... Ja, ist es! Echt? Ja. Okay. Ah, ich bin echt tot! Ich bin echt tot! Oh, ich bin tot! Ich bin tot. Ähm... Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich weiß. Ich bin tot. Findest du wieder zu mir zurück? Ähm, weiß ich nicht. Temek, welche Koordinaten hast denn du bei Y? Bei Y? Y. Y15. Okay. Dann bist du fast so weit wie ich. Ich bin bei 13. Komm, ein Stück hoch. Hier sind ein paar Skelette und ne Monster. Das war das, glaube ich, was ich gehört habe, weil ich hab irgendwas gehört. Und das ist echt nicht schön. Die haben gerade Holo abgeballert. Ey, die benutzen... Die benutzen... Oh, jetzt kommt da so ein hässliches runter. Du hässlicher! Aber ich weiß, wo ich hin muss. Oh, toll. Und ich sterb auch gleich. Und cool, echt jetzt? Kann ich nicht irgendwas essen, damit ich Instant-Leben dazubekomme? Nur ein goldener Apfel, der dich sofort komplett hält, glaube ich. He, zum Glück habe ich einen goldenen Apfel. Nicht. Aber... Hallo, weißt du den Weg noch ungefähr? Ja, ja, ich hab ein... X markiert mein Ziel. Okay, ich warte schon mal ein bisschen. Aber... Okay, das war... Nicht da lang. Ah, gar nicht da. Irgendwo müsste dann so ein Weg runtergehen, den wir selbst gebaut haben. Ja, 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 ja. Ähm, gut dann... So, Fackel nehmen und erstmal ein bisschen hinleuchten. Oh, da sind sieben Stück oder so drin. Wie sollst du da hinkommen? Äh... I feel so coole... Oh, ich töte sie. Noch ein. Jetzt da Fackel drauf. Okay. Ich hab... Ich hab den Punkt gesichert. Yay. Geil. Also... Jetzt... Items anschauen. Erstmal die Kiste Steine reinmachen, weil die brauch ich jetzt nicht... Da, Sattel... Kokonuss. Habt ihr einen Dungeon? Nein. Ja, wir haben einen Dungeon, haben wir doch gesagt. Hab ich nicht zugehört. Da war voll viel Gum Powder drin. Okay. Cool. Ich hab jetzt, äh... 12 Gum Powder. Okay. Ist ja echt gleich da, deine Items liegen noch rum. Hm. Ähm... Ja. Hallo. Hallo. Na du? Na? Na? Es hat mir ja voll das actionreiche Abenteuer. Da liegt noch eine Spitzhaxe und... Da kann ich gucken, in den Kisten sind voll viele Steine drin, falls du ein paar Steine willst. Boah. Warum bist du eigentlich beim Sterben nicht mit meinem Zweck rausgegangen? Du hättest zumindest in die Kiste machen können. Hm. Hast du ein paar Sachen von mir? Keine Ahnung, ich hab nicht mal mehr Fackeln. Ich hab grad alle Fackeln hier verbraucht. Hm. Ich hab ein paar Sachen, ja, nimm mal was, weil ich hab... Redstone! Weil ich brauche. Ja. Das heißt, glaub ich schon. Da. Ah, danke. Wohl. Jetzt, äh, müsste es eigentlich gut ausgerüstet sein. Jo. Hast du, ähm... Nein. Ach gut, ich hab... Hier. Hast du, äh... Nein. Hast... Ich hab... Hey, das ist... Gut so gesagt. So, dann... Na ja, Holz. Fackeln. Hast du ja ich denn damit? Naja, du darf ich auch mal ein bisschen Holz und Fackeln und alles hinlegen. Boah, hier ist voll das lange Fluss. Hier ist voll das lange Fluss. Hey, sorry, ich hab grad gegen Skelette gekämpft. Ich hab immer noch einen Adrenalinschock. So einfach ist es nicht. Was gel... Dacht du folgst. Das bin ich. Ich seh jetzt alles als Skelette. Ah, danke. Hier geht's noch schön weiter, wollen wir hier erstmal... Ihr seht, ich seh ja aus wie ein Skelett. Hallo, Skelett. Ja, du hast also zwei weiße Zähne, wenn du dich genauer anguckst. Guck mal, dein Typ beantwortet. Das sind doch keine Zähne. 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 Whatever, Bender. Und was ist denn der Typ? Warte, lass mich gucken. Wer ist das, ist das Ace? Nein, das ist... Oh, ich kann den Namen hier auch sprechen. Travel Galar oder so. Okay. Ja, der ist cool. Redstone. Zum Glück bin ich einfach von Mortal Kombat. Ich sehe... Ich sehe Lava. Ey, ich höre. Ich höre Zomb... Ich höre Zomb... Ich höre Zomb... Ich höre Zomb... Zomb von oben oder von unten? Ich weiß nicht, man schubs mich nicht. Ja, schon wieder Skelette. Ich hab vor den eh schon Panik. Und Spinne höre ich. Ich habe Angst. Und Spinne kommt auch noch her. Ja. Meinst, wir finden gleich den nächsten Dungeon? Können wir einen. Weiß nicht. AHHHH! CREEPER! 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 Ich liebe Creeper. Komm, wir töten mit dem Zombie. Ja ja ja! Warte jetzt da! Ah. Auauauauauauauauauauauauauauaua... Amerika! Oh! Oh, ich hab nicht gehört. Da, ähm, ja, das könnte man auch nicht überholen. So. Was? Dann haben wir das auch geschafft. Ich glaube, ihr seid nicht so weit weg, wie ich denke, wie ich gehofft hatte. Ihr seid nicht so weit weg, wie ich gedenkt habe. Wie ich gedenkt habe, ja. Ihr seid nicht so weit weg, wie ich denken kann. Zum Glück sind es da nur drei Blöcke oder so. Nein, ich habe mich schon gesteigert. Ich kann vier. Ja, ich bin jetzt schon voll der Hardcore-Denker. Oh mein Gott. Hardcore-Denk. Du denkst schon auf Level 2. Also. Verdammt Skill-Denker hier. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Nö. Ah, da gibt es dann auch genug Abzweigungen. Boah. Boah, ich hätte voll Bock, jetzt mal ein bisschen Kommentatorstimme reinzuhauen. Ey, wir haben Gold übersehen. So, wie wir sehen, haben wir hier Gold übersehen. Aber das kann ich ja nicht so bauen, das jetzt auch noch ab. Des Weiteren werden wir jetzt diesen Weg hier wählen. Ist das nicht so? Natürlich gehen wir diesen Weg. Mal schauen, was sich für uns bürgt. Wird ja leichter sein. Er ist voller Redstone. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen. Ich kann so dir einig sein. Mir wurde schon zu oft gesagt, ich soll bei Livestreams und allem nicht singen. Drum lass ich's jetzt gleich. Serial, Mann. Ey, komm mal her, mit deiner Eisenachst. Besser als ein Lachflasch, der nicht mehr aufhört. Entschuldigung. Na ja, ich war ja auch nicht sehr viel besser. Ja, gell? Du hast mich mit deiner Hoe angeschnickt. Ey, Timmy, komm mal zurück. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Hier ist Gold. Und ich hab keine eigenen. Wirklich schon mal. Da oben. Da. Was da? Hey, noch mehr Gold. Mensch, wir sind ja richtig Goldgräber hier. Wir sind Goldjungs. Schau dich den. Oh, da oben geht's noch weiter und da gibt's noch mehr Sachen. Scheiß auf, Sido. Wir sind die Goldjungs. Oh. Oh. Jetzt hast du ja mal was rausgenommen, du. Ja. Wenn das Sido sieht. Ich glaub, da gibt's Beef. Euer Let's Play ist richtig cool. Alter, holo, was hast du gesagt? Ja, weißt du, da hab ich dem letzten Let's Play von unseren Leuten gesehen. Da haben die gemeint, sie können mich einfach Beef geben. Dann hab ich die gemacht. Und jetzt mucken die sich nicht mehr. Da hab ich dann gleich geregelt. Das ist Kohle, bauen wir einfach Kohle ab.